Musik Sir Arthur Conan Doyle William K. Stewart 5. Das Abendmahl Der Sherlock Holmes Adventkalender Die Ankunft des Erlöses Gelesen von Rupert Pichler Am frühen Abend versammelten sich die Mönche der Erlöserabtei zum gemeinsamen Mahl. Es standen zwei lange hölzerne Tafeln im Speisesaal, an denen die 27 Franziskaner Platz nahmen. Wir wurden ans Kopfende jenes Tisches eingeladen, an dem die beiden saßen, die wir bereits kannten, nämlich Bruder Francis und Bruder Peter. Die übrigen 25 Mitglieder des Konvents verteilten sich zwanglos an den Tischen, wobei man zu uns eine gewisse Distanz warte. Vorab dankte man dem Herrn mit einem einfachen Vaterunser, dann gestaltete sich die Zusammenkunft recht schweigsam. Ohne sich zu unterhalten, schöpften die Mönche einen dünnen Kartoffeleintopf aus ein paar größeren Schüsseln auf ihre Teller und begannen zu essen. Wahrlich gehörten Zurückhaltung und Bescheidenheit zu den Tugenden dieses Ordens. Ich warf einen Blick durch den Saal und flüsterte dann dem Abt zu, »Ich befürchte, Ihnen fehlt es ein wenig an Nachwuchs. Die meisten Ihrer Brüder sind nicht mehr die Jüngsten.« »Sie müssen nicht flüstern«, erwiderte Bruder Francis in normaler Lautstärke, »wir haben keine Geheimnisse voreinander. Wer etwas sagen will, tut es vor allen, und niemand wird sich gestört fühlen.« In der Sache haben Sie allerdings recht, Dr. Watson. Der Glaube hat in unserer heutigen Gesellschaft, vor allem unter den jungen Leuten, nicht mehr jenen Stellenwert, den er verdient. Und da geht es der anglikanischen Staatskirche auch nicht besser als uns. Immer weniger Menschen entscheiden sich für ein Leben im Dienst der Gottes. Umso bedauerlicher ist der tragische Verlust unseres jüngsten Mitgliedes. In der Zwischenzeit füllte der VK als guter Gastgeber auch unsere Teller, wobei Lestrade sofort tüchtig zulangte. Holmes rührte seine Portion zunächst nicht an. »Das 19. Jahrhundert ist ein Zeitalter des Fortschritts, der Aufklärung, Wissenschaft, Forschung und Technik«, meinte ich in Bezug auf die Erklärung des Abtes. »Es ist ein wenig überraschend, dass die Religion hier ein wenig ins Hintertreffen gelangt.« »Verwechseln Sie nicht Mode und Moderne«, warf der VK ein, »gerade in unseren unsteten Zeiten ist der Glaube ein wirkungsvoller Anker und Kompass. Die heilige Wahrheit wird sich immer wieder durchsetzen. Sie ist aktuell und zukunftsträchtig.« Immerhin war Holmes Stichwort gefallen. »Da wir von der Wahrheit sprechen«, sagte er und wandte sich an den Abt, »und wir dieser ja zum Durchbruch verhelfen wollen, hätte ich eine Bitte an Sie. Wäre es wohl möglich, dass ich an Ihre Brüder kurz das Wort richte? Es scheint mir der richtige Moment zu sein, nun, wenn ohne dies alle hier versammelt sind.« Bruder Francis überlegte einen Moment, dann antwortete er, »Warum nicht? Nur zu, Mr. Holmes, vielleicht ist es ja ganz nützlich.« Holmes nickte dem Abt zu, erhob sich langsam und humpelte mit seiner Krücke an eine zentrale Stelle genau zwischen den beiden langen Tischen. Er blickte nochmals in die Runde und wartete ein wenig zu, um entsprechende Aufmerksamkeit zu generieren. »Meine Herren«, begann er dann, »lassen Sie sich nicht bei Ihrem Abendmahl stören, doch leihen Sie mir währenddessen doch zumindest ein Ohr. Mein Name ist Sherlock Holmes, ich bin beratender Delektiv im Auftrag von Scotland Yard und des Erzbischofs Kardinal Manning. Ich leite die Ermittlungen bezüglich des Mordes an Bruder Emanuel.« Lestrade ließ demonstrativ seinen Löffel fallen und räusperte sich, denn er sah eine etwas andere Rollenverteilung, worüber Holmes freilich kommentarlos hinwegging. »Es liegt an mir«, setzte er fort, »dieses ruchlose Verbrechen aufzuklären, und ich bitte Sie dabei um Ihre geschätzte Mithilfe. Wer etwas beobachtet oder gehört hat, wer etwas weiß und zu sagen hat, möge sich bei mir melden.« Es wurde gegen das sechste Gebot, bei Ihnen ist es vielmehr das fünfte, wie ich hörte, verstoßen, gegen Gottes direktes Wort, verkündet von Moses. »Die juristischen Strafbehörden des Vereinigten Königreichs dulden dies nicht, und wenn Ihnen das nicht Grund genug ist, dann seien Sie versichert, dass es die katholische Kirche auch nicht tut.« Mit diesen letzten Worten blickte Holmes in dramaturgischer Taktik zu Bruder Francis. »Das ist wahr«, bestätigte dieser Prompt. »Ich bin ein erfahrener und stets erfolgreicher Ermittler«, griff Holmes den Faden seiner Ansprache wieder auf. »Dr. Watson ist ein gründlicher Forensiker, und Inspektor Lestrade ist ein, nun ja, ein Polizeibeamter. Wir haben Mittel und Wege, die Wahrheit über den Tod ihres Bruders herauszufinden, was uns auch zweifelsfrei gelingen wird. Doch es gibt noch eine andere Möglichkeit, und diese würde vor dem weltlichen Gericht wie vor jenem Gottes mildernd wirken, denn sie sollen auch kein falsches Zeugnis ablegen, sie sollen nicht lügen. Insofern gebe ich dem Täter, der sich unter uns in diesem Raum befindet, jetzt die Gelegenheit, das Vergehen zu gestehen. Erheben Sie sich und bitten Sie um Vergebung.« Holmes ließ die Aufforderung wirken. Die Mönche sahen einander an und sich im Saal um, doch natürlich meldete sich niemand. Ein leises Flüstern und Murmeln begann. Dieses endete wiederum schlagartig, als sich der Abt erhob. »Brüder,« rief er, »ihr habt Mr. Holmes gehört. Der Täter möge sich nicht fortgesetzt und abermals versündigen. Ich warte.« Freilich dachte der Täter nicht im Traum daran, es uns so einfach zu machen. Für einige Sekunden herrschte absolute Stille, doch niemand bekannte sich zur Tat. »Nun gut,« meinte Bruder Francis, »auch wir haben unsere Mittel und Wege. Meine Brüder, wir erwarten Euch alle morgen Vormittag zum Heiligen Sakrament der Beichte. Nach dem Frühstück wird Bruder Peter in der Kapelle zu Eurer Verfügung stehen. Ein jeder von Euch möge seine Sünden bekennen und Buße tun. Bis dahin erforscht Euer Gewissen. Das ist alles.« Der Abt setzte sich wieder und auch Holmes kehrte auf seinem Platz zurück. »Ich verstehe Ihre Gedanken,« meinte er, als er dann doch ein wenig von dem kulinarisch bescheidenen Eintopf probierte. »Der Täter wäre verpflichtet, seine Todsünde im Beichtstuhl zu bekennen. Aber ist der Beichtvater umgekehrt nicht zur Verschwiegenheit verpflichtet? Was nützt uns ein eventuelles Geständnis, das wir nicht verwenden können?« »Es stimmt,« erwiderte Bruder Francis. »Das Beichtgeheimnis muss durch den Priester unbedingt gewahrt bleiben. Diese Garantie gilt für jeden Sünder, egal, was er getan hat. Doch die Spendung des Bußsakramentes verlangt fünf Voraussetzungen seitens des Penitenten. Gewissenserforschung, Reue, guten Vorsatz, Bekenntnis und Wiedergutmachung. Erst dann wird die Schuld vergeben. Bruder Peter als erfahrener Ordenspriester weiß, was zu tun ist. Sollte er von einem schweren Verbrechen wie Mord erfahren, so wird er den Beichtenden natürlich auffordern, sich im Rahmen der Wiedergutmachung zu stellen oder mehr noch, dies zur zentralen Voraussetzung der Lossprechung machen. Zwar kann man niemanden dazu zwingen, doch im Unterlassungsfall gibt es keine Vergebung, keine sakramentale Absolution und der Betreffende kann für dahin nicht die heilige Kommunion empfangen. »Womit der Täter indirekt überführt würde,« ergänzte Holmes. »Ich verstehe. Damit gebe es zwar noch immer keinen Beweis, der vor Gericht juristisch standhalten könnte, doch eine gute Basis für ein Geständnis oder wenigstens gezielte Detailermittlungen in Richtung eines bereits bekannten Täters. Bruder Francis, mir scheint, an ihnen ist ein durchaus talentierter Detektiv verloren gegangen.« Der Abt lächelnde milde und erwiderte, »Ein jeder tut, was er kann.« Ich bemühte mich, den Plan zusammenzufassen. »Wir werden also morgen früh alle ihre 25 Mönche eine nach dem anderen in den Beichtstuhl marschieren lassen und durch Bruder Peter zu ihrem Sündenregister befragen. Sehe ich das richtig?« »So wird es geschehen,« bestätigte der WK. »Auch ich bin bester Dinge, dass wir da mit der Lösung des Falles einen entscheidenden Schritt näher kommen, denn ohne jeden Zweifel ist dies Gottes Wille.« In der Zwischenzeit hatten die meisten Mönche ihr kerkliches Abendmahl beendet. Nacheinander erhoben sie sich von ihren Plätzen und brachten ihr Geschirr in die Küche, um sich danach zurückzuziehen. Auch der Abt und der WK verließen uns schließlich, während wir noch einige Minuten sitzen blieben, um den Stand der Dinge unter sechs Augen zu beraten. »Ich weiß nicht,« meinte Lestrade missmutig, als wir alleine waren. »Ich bezweifle ein wenig, dass dieser Plan gelingen wird,« »unser Mörder ist ein entschiedener Verbrecher. Er hat gezielt und vorausgedacht gehandelt, nicht im Effekt. Auch hat er seine Tat zu vertuschen versucht. Insofern wird er sie nun auch nicht einfach zugeben, bloß weil er einem Priester gegenüber sitzt.« »Aber der Mönch ist immer noch ein Diener Gottes,« entgegnete ich, »und auch dazu hat er sich bewusst entschieden.« Auch Holmes hatte eine Meinung dazu. Er dachte kurz nach und erklärte dann, »Ich tendiere dazu, Lestrade recht zu geben. Unser Täter hat den Pfad Gottes verlassen, spätestens mit dem Mord, vermutlich aber schon davor. Wenn sein Glauben nichts mehr wert ist, dann wird auch die Beichte nichts bringen.« Der Inspektor fühlte sich bestätigt. »Eben!« rief er und schlug mit der Faust auf den Tisch, doch der Lärm verstärkte seine Kopfschmerzen. Er verzog das Gesicht, griff sich an die Stirn und wiederholte dann leise, »Eben!« »Wir sollten uns besser an die gute alte Polizeiarbeit halten und jeden der Mönche einzeln zu einem beinharten Verhör vorladen. Wenn ich mir diese minderen Brüder ordentlich zur Brust nehme, werden sie zusammenbrechen wie ein Kartenhaus. Glauben Sie mir, dann bekommen wir schon unser Geständnis.« »Das erscheint mir doch ein wenig rabiat,« erwiderte Holmes. »Niemand erwartet die spanische Inquisition. Der Kardinal erwartet von uns zwar rasches und zielgerichtetes, aber gewiss auch behutsames Vorgehen. Wir können uns hier nicht benehmen wie ein Elefant im Porzellanladen.« »Ich schon!« insistierte Lestrade im forschem Ton. »Das bezweifle ich auch gar nicht,« entgegnete Holmes lächelnd. »Ihre Entschlossenheit in Ehren, Inspektor. Aber für direkte Konfrontationen ins Blaue ist es etwas zu früh. Wenn wir einen Vorteil haben, dann jenen, dass der Täter nicht weiß, was wir wissen.« »Aber wir wissen gar nichts,« jammerte Lestrade. »Gewiss,« meinte Holmes. »Aber das weiß der Täter nicht. Er soll das Gefühl haben, eingekreist zu sein, dass wir ihm auf der Spur sind. Dadurch zwingen wir ihn zum Handeln und früher oder später zu Fehlern, die wir ausnützen können.« Ich musste mich wieder einmischen. »Sie wollen einen Mörder zu weiteren Handlungen motivieren?« fragte ich irritiert. »Soll er erst zum Serienmörder werden, ehe wir ihm das Handwerk legen?« Holmes schien fast ein wenig belustigt und schüttelte den Kopf. »Es muss ja nicht gleich ein weiterer Mord sein,« antwortete er. »Aber der Täter wird womöglich versuchen, Spuren zu verwischen, die Umgebung zu verdunkeln und uns in die Irre zu leiten. Darauf müssen wir gefasst sein und darauf müssen wir achten. Trotzdem haben Sie schon recht, mein lieber Watson. Es ist ein gefährliches Spiel mit dem Feuer. Plötzlich hallte es wie ein Echo durch die Gänge des Klosters. »Feuer! Feuer!« riefen unterschiedliche Stimmen. Holmes hob die rechte Augenbraue und meinte, »Was mag da wohl los sein?« Ich verstand dies zu Recht als Aufforderung, nach dem Rechten zu sehen. Sofort sprang ich auf und lief Richtung Ausgang. Auf dem Gang angekommen, sah ich etliche Mönche aufgeregt hin- und herlaufen und ich folgte schließlich der Mehrheit, die Richtung Kapelle unterwegs war. Rauchgeruch lag in der Luft. Vor dem Eingang zur Kapelle, in der sich Altar, Beichtstuhl und Sitzreihen mit klassischen Kirchenbänken befanden, hatten einige Mönche bereits eine Eimerkette zum nächstgelegenen Waschraum gebildet. Aus dem Gebetsraum drangen Rauchschwaden, ich musste husten. Dann sah ich durch das Tor, das links neben dem Altar ein beträchtliches Feuer loderte. Offensichtlich war der Hölzerne Beichtstuhl in Brand geraten und die Flammen drohten, sich auf den ganzen Saal auszubreiten, während die Mönche mit bloßen Händen und ein paar Eibern voller Wasser verzweifelt versuchten, den Brand zu löschen. Wir standen kurz vor einem regelrechten Inferno. Untertitelung des ZDF, 2020